Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Colonization im Tagmod Klein-Venedig. Die Schlacht mit Holland ist in vollen Zügen. Zack. Jetzt müssen wir unsere eigene Stadt, Neukolon, beschießen. Wie bitter ist das denn? Ab nach Stilus. So, du bleibst hier. Tja, und er. 30% ist zu wenig. 82% ist gut. Naja. Wird er wohl nicht überleben, der gute Mann. Wir schicken alle hierher. Sammelpunkt. Cool. Was hier so abgeht alles? Mein lieber Scholli. Ich hoffe, der Halt noch. Go. Oh, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Du wirst befördert. Null Chancen. Dann haust du mal schön ab. Du gehst nach Stilus. Du fährst, was das Zeug hält. Du weißt, wo du bist. Du weißt, wo du bist. So, wer kommt da alles? Ja, da kommen sie aber mit vielen. Oh, und noch viele da drin. Ich verstehe. Jungs und Mädels. Ich fürchte, wir müssen ein bisschen Gas geben. Aber nur ein bisschen. Mann, Mann, Mann. Wir könnten noch zwei Soldaten ausbilden. Aber hier Typen rumstehen. Nee, ne? Machen alle ihren Job. Ja, auch hier. Ist das so. Der Weg führt dich aber ins Grab. Zack. Go. Ja, die kommen. Die kommen mit ganzer Kraft. Du hältst dich erstmal, wenn's geht. Du bist befestigt. Ja. Du gehst hier den Schnarchweg. Die würde ich gerne ausrüsten zum Soldaten, aber das schaffen wir nicht rechtzeitig. No, no, no. Müssen wir Typen sagen, es rekrutieren. Ist es jetzt soweit? Verdammte Angst. Jetzt sag ich fürchte. Das können wir uns nicht mehr leisten. Du kommst hier rein. Du bist polizionär. Und das gleiche müssen wir auch machen für Pferdejourney. Jo. Hilft nix. Immerhin die Festigung schützt uns. Kriegen wir Verstärkung. Was geht denn hier ab? Ich dachte, wir haben alle Verbindungswege gehabt. Was geht denn hier ab? Ich muss die hochschicken. Hilft nix. Ja, und auch du musst hier hoch. Denn ich brauche ja keinen Fischer erst mal, sondern Soldaten. Hm. Nicht schlecht, Herr Spicht. Kapern jetzt meinen Wagen, oder was? Mein Planwagen. Kein Geld fürs Heldner. So. Zack. Dragona. 9%. Nein. Automatisch. Dann fährst du eben mal da hin. Und hast Pause. Gibt's ausgehalten? Gut. Feuer frei. Auf einmal frei. Unten rum. Unten rum. Unten rum. Wie ist es gehört? Wir haben eigentlich mal ein paar Soldaten bald da. Das kann ich ja gar nicht leiden hier. Verstärkung. Wo kommen wir denn da hin? Aber der Rest passt, ne? noch da runter, oder? Du noch da runter, oder? Ja. 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 ist das nix Nope No way Vielleicht sollten wir jetzt hier mal Schiffe rausbringen Auch wenn das blieb logisch glaube ich kein gutes Eichen ist Und so Ja Wo kommt euch das an? Was für ein Massaker Habe ich nicht die höchste Teilungsform? Tisadelle Eigentlich dürfte keiner sterben von mir Kein Sieger Ich bin erschütternd Ich bin sowas von erschüttert Sie schließen nicht hier ab Kann ich euch irgendwie wehren? Kann ich sagen, ob es euch Kann ich Offenbar nicht Mit wie vielen Millionen Artillerie kommen die eigentlich? Entschuldigung? Entschuldigung Ich habe nur noch 3 Soldaten da Das glaube ich ja nicht 30% Holen wir uns 50% Ne Und du Aufruf die Prozent Ne Ich fürchte Guck mal Guckt euch das an Die schießen Die schießen mich hier ab Weg 0% 0% 0% Verteidigung Der Planwagen Der Planwagen muss weg Ist klar So Ich habe noch Ja für 3 Ne Für 0 Munition Niente Der Holzfäller Macht nix Tja guckt euch das an Also Schwerner Und das war's dann auch gleich Logisch war's dann auch gleich Logisch war's dann auch das gleich Ja ich muss, ich muss da raus Hilfe nix Ich muss daraus Ich muss da raus Auch wenn es wohl nicht lang wird Sprich es wohl zu spät ist Wohl zu spät ist muss auch genügen ach du meine Scheiße dass das so böse enden würde, hätte ich nicht gedacht tja wohl an wohl geht er eigentlich, ok, auf seinem Weg hoffentlich passt, passt, passt na dann und das war's, hallo 70% 50% ne, nehmen wir 70% das ist ein sehr schöne 70% 73 96 noch 2 ne, nur einer ok du erholst dich und du jo 97 90% so und dann musst du jetzt ne an und hausieren knapps hier drüben du feierst nochmal du feierst nochmal bloß Pause auf Pause hier runter dann bleibst hier oben das ist doch nix das ist doch nix muss jetzt alle durchgehen ich fürchte das war's Kollegen ich hab keine Chance gegen die niente nada da ja, die Musik passt endlich mal traurig du wartest hier du wartest hier hier runter da und du hier rein da kann ich nichts gescheites machen du musst hier bleiben du kriegst nur wieder an 20% 90% ok wir müssen eigene eigene Truppen abschießen wie traurig du bist ein Veteran und 80% eigentlich zu wenig aber ich muss ich hab sogar mal Glück oh Wunder oh Wunder ich hab sogar mal Glück pfff null Chance das ist so eindeutig unsere Truppen hier hoffentlich ewig bis sie zurück sind kommen wir in die nächsten oder was? oder wo oder wie? so nochmal in Ordnung und noch einen heilen heilen feuern raushauen raushauen das bringt nichts du bleibst du bleibst du bleibst du bleibst hier machst Platz Sitz oje 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 wie bitter wie bitter ist das denn na klar die können jetzt weiter produzieren und die Front verstärken das können wir nicht das können wir nicht 20% nein ist zu wenig der Kollege 4% nein auch nicht schnell am halben also sein gesagt so ab nach Silas aber nicht aber nicht aber nicht aber nicht hast du gehört nicht wieder hoch an die Front alle schön unten ja Herr Pappnasen die laufen vielleicht Wege muss ich ja ich muss ja komm lass dich von Captain Igloo abschießen und du woher Knaden wir müssen uns mal retten hier unsere die laufen direkt zum Feind wie dumm wie dumm ist das eigentlich von der Logik wird der geschnappt? frage ich euch wieso eigentlich nicht? wieso eigentlich nicht? weil hier mit drin läuft wie am dümmsten ist oder? holen wir uns 10 Jahre holen wir uns so eins runter eins runter so ist recht du halt dich aus go aha es kommt so ein Mini Schiff so ein Mini Kackschiff Fregatte und macht uns platt warum brauche ich eigentlich Linien Schiffe? no warum baue ich eigentlich Linien Schiffe? so du bist sicher? komm folgen dir wie glaubwürdig dann darfst du jetzt auch sterben? dann darfst du jetzt auch sterben? sowas kann ich mir nicht bieten lassen so Feuer frei endlich 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 Supi, geht nicht so rum, ist unhöflich, so noch drei oder fünf, Runden, Lagerungszeit, du Held, wir haben noch Helden, auch weil es nichts bringt, so, du kommst hier runter, nach Silas, so viel ist klar, 80% holen wir uns, komm, so, Hallo, Schülernfischer, unser Fischer, na super, Fischer, Fritze, Fisch, Frische, Fische, Ich habe keine Chance mehr, wir kriegen ihn nicht raus, unser Held, unser Held ist tot, so viel dazu, Helden haben keine Zukunft, Kinder, merkt euch das, 14%, nee, zurück, so mögen wir das, Du musst dich heilen, das ist klar, du gehst hier runter, du gehst hier runter, Wie meinen? Vielleicht steck bist du da rein, so, der Schmied, woher haut denn der ab? Übel Das ist ein Teil für Brise, können wir es nicht gebrauchen, wir können aber anfangen, zu arbeiten, nicht wahr? Ja, genug zu essen, genug Eisen, theoretisch kann man hier aus, neue Kapitel machen, Das sind die. Uh, pff, das hier, uh. Gut, 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 gut. Nichts, auch mal aufgeregt wieder zum großen Bogen, nein. Nein, 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 nein. Hier rein? Ja, hier rein. Ja, keine Chance alle runter zum sammeln du bleibst da so, unsere ersten Kanonen kommen ganz bitter so, ich erwarten erst mal jupp alleine bringt's nix das Titel laufen da wieder direkt in die Arme des Gegners wie dumm ist das so kommt her so ist komplett, dann musst du den hier direkt rein teide dich geh hier runter geh hier rein gut noch eins dann könnt ihr eigentlich abhauen ganz übel tja, das ist unser tapferer dummer Siedler ganz ganz übel ab nach Siedlers ab nach Siedlers Verstärkung schnappen wir uns hallo 89% taugt nichts so Fischer ist da du machst gar nix, oder? der ist verletzt du haltest dich erstmal gut oh, was laufen denn der hier rum? was laufen denn der hier rum? hm können wir uns hin schnappen wie sieht's aus Jungs? jo den haben wir uns geschnappt spitze wir haben keine Artillerie mehr äh, keine Miliz mehr ja komm Hanzler Pionier lauf hier rein lauf hier rein hallo? komm schon bittere Stunden so der auch der auch der auch der muss heilen der muss schießen und Stauze halten der muss heilen der hat sich ausgeheilt der hat sich ausgeheilt oder nicht? oder nicht? das ist ausgeheilt, oder? dann hat er eben hier Pappnase ok, jetzt kommen sie wacker gekämpft wacker gekämpft heißt er, du hast verloren übrigens, ne? so aber ihre, ne? Marine ist nicht so so ne, ist so erdrückend ah, ich hab' geformuliert so sie erholen vom Kampf gegen den ähm, Schmied ähm ähm, Schmied Plenianer, ne? sicher, ok jetzt kommen sie und knallen uns die Fachschiffe weg ja der hatte keine Chance das ist klar der letzte Simulkaner so rette unsere Elbe ok, ohne Schaden scheinbar so so Zeit für unseren Gegenschlag nun puh ja genau, puh macht's jetzt ein ein nach Silas ein nach Silas nach Silas du werfst hier so du kannst warum kann der Fischer weil der Fischer nichts zu essen macht nichts zu essen macht ist das so? uah das ist Peter das geht aber das geht nicht scheiß Technik absoluter Rutz komm das gönnen wir uns noch oder? jo so gut hier 87 jawoll jawoll 99% komm yes ähm schnick schnack 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 schnick ich hab's gefühlt ein zu wenig ja du bleibst hier ab ab nach Silas du halst dich aus halst dich auch aus dritten Orden hervorragend gratuliere du trauriger Held kannst dich mal fischen deinem Job nachgehen wir haben's echt geschafft wir haben neue Kolonien zurückgehobert Spacher Trost der Flix ist weg gut ich würd sagen lang für diese Folge danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal hörn die Bulan